Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Nachdem es hier in Bezug auf die kommenden Releases keine nennenswerten Änderungen gibt und es auch keine Releases gibt, für die sich hier ein Video lohnen würde, habe ich mich heute dazu entschlossen, hier ein etwas anderes Video zu veröffentlichen und euch meine Top 14 Releases, die noch dieses Jahr kommen sollen, vorzustellen. Hier sind natürlich auch ein paar Schuhe dabei, die jetzt mehr oder minder nur ein Gerücht sind oder nur angeteast worden sind, aber wenn alle diese Schuhe kommen würden, wäre dieses Jahr schon unfassbar krass. Aber ich möchte euch auch gar nicht weiter auf die Folterspannung und wir fangen hier mit dem 14. Platz an und das ist in meinen Augen ein weiterer Colorway der Kollaboration zwischen Nike und Putter, nämlich ein weiterer Air Max One im Bone Colorway. Hierzu gab es schon in der Vergangenheit ein paar Mockups und auch teilweise selbstgemachte Colorways und dadurch, dass das Feedback hier so unfassbar gut auf diese Schuhe gewesen ist, gehe ich mal davon aus, dass hier Putter sich ein Herz gefasst hat und vermutlich aus diesem Grund, wenn dann diese Schuhe veröffentlichen wird. Zum jetzigen Standpunkt wissen wir leider noch gar nichts, aber ich würde es schon extrem feiern, wenn dieser Colorway rauskommen würde. Damit kommen wir aber auch schon zu Platz Nr. 13 und das ist in meinen Augen der Air Jordan 1 High Starfish. Der Schuh hätte ursprünglich eigentlich jetzt schon im August kommen sollen, aber hier gab es wohl wieder ein paar kleine Schwierigkeiten, weswegen der Schuh leider Richtung Oktober geschoben worden ist. Alles in allem ist es ein wirklich cleaner Colorway, der hier insgesamt wieder in die Shattered Backboard-Familie geht, wo ich aber dazu sagen muss, dass mich hier ein paar Kleinigkeiten an diesem Schuh stören, wie beispielsweise die Tatsache, dass hier kein wirkliches kräftiges Schwarz verwendet worden ist, sondern hier wieder so eine Art Cracked Leather in so einem orange angelehnten Braun, was für mich hier mit dem Kontrast ein bisschen schwierig ist und mir aus diesem Grund nicht ganz so gut gefällt. Nichtsdestotrotz aber auf jeden Fall wirklich krass, dass hier ein weiterer Shattered Backboard- bzw. Starfish Colorway auf dem Air Jordan 1 High kommen soll. Ich bin auf jeden Fall gehypt, wann das der Fall sein wird und möchte jetzt aber auch schon wieder direkt weitermachen, denn wir haben hier noch ein paar wirklich krasse Schuhe und weitergehen tut es dann mit Platz Nummero 12 und das ist hier in meinen Augen der Air Jordan 4 Canyon Purple. Ich muss sagen, dass mich die Uppermaterialien hier etwas misstrauisch stimmen, wie dieser Schuh wohl in Hand aussehen wird, wenn man dann auch mal verschiedene Fotos bekommt, aber alleine die Tatsache, dass dieser Schuh hier auch schon wieder in die Richtung eines Air Jordan 4 Family & Friends Exclusive von Travis Scott geht, glaube ich, wird die Nachfrage nach diesem Schuh hier extrem krass sein. Auch wenn hier so ein paar Kleinigkeiten mich vielleicht noch stutzig machen oder mir nicht ganz so gut gefallen, muss man hier einfach abwarten, wie der Schuh dann tatsächlich in Hand ausschaut. Kommen soll der Schuh tatsächlich auch schon nächsten Monat im August, aber ich habe ja auch schon Gerüchte gehört, dass es mit diesem Colorway ebenfalls ein Pushback gegeben haben soll. Naja, wir werden es dann demnächst innerhalb der nächsten Wochen sehen, wie viel an der Sache dran ist und ich werde natürlich auch in meinem August-Video dann drauf eingehen, falls der Schuh kommt. Damit kommen wir aber auch schon in die Nähe der Top 10 und hier kommt auf Platz Nummer 11 in meinen Augen der Yeezy 350 V1 Turtle Duff. Der Schuh ist hier von Colorway her tatsächlich nichts sonderlich Besonderes, weswegen er hier in meinen Augen auch nur auf Platz Nummer 11 ist, aber auf der anderen Seite ist es hier der Yeezy 350, der rausgekommen ist, da es sich hier einfach um den ersten Yeezy 350 handelt, der damals erschienen ist, weswegen der Schuh hier vermutlich auch im Resell relativ teuer sein wird und die Nachfrage natürlich auch verhältnismäßig hoch sein wird. In Anbetracht der derzeitigen Marktsituation wäre es aber unter Umständen denkbar, dass dieser Schuh hier tatsächlich halbwegs bezahlbar sein könnte, zumindest innerhalb der ersten Wochen und Monate. Ich bin auf jeden Fall gespannt, denn der Schuh soll ebenfalls demnächst dropen, nämlich am Yeezy Day im August. Aber auch auf den Yeezy Day werde ich natürlich dann noch in meinem August-Release-Video eingehen. Also bleibt dran, lasst ein Abo da und dann werdet ihr es in meinem Video sehen, welche Schuhe tatsächlich auch am Yeezy Day restocken oder droppen werden. Damit kommen wir aber auch dann schon in die Top 10 und dieser einläuten tut hier in meinen Augen eine wirklich unfassbar krasse Kollaboration, nämlich die zwischen Louis Vuitton und Nike. Tatsächlich sind in den letzten Tagen hier verschiedene Colorways von den Air Force Ones auf der Louis Vuitton-Website hochgeladen worden. Aber ich muss dazu sagen, die Preise, die hier aufgerufen werden, finde ich schon annähernd frech. Denn ich meine, die Dior Air Jordan Ones waren schon extrem teuer und ich verstehe hier nicht, wie man für die Air Force One Low-Top-Version hier 2750 US-Dollar aufrufen kann und für die High-Top-Version 3450 Dollar. Nichtsdestotrotz sind hier wirklich unfassbar krass und geisteskranke Colorways dabei, aber wir Normalos werden hier vermutlich nicht die Chance bekommen, diese Schuhe zu kaufen, da es sich hier vermutlich nur für Leute die Chance ergeben wird, die schon lange Kunden von Louis Vuitton sind beziehungsweise die hier so eine Art Markenbotschafter bilden, die diese Schuhe zur Verfügung gestellt bekommen werden. Aber wie gesagt, unfassbar krasse Colorways dabei. Ist einfach auch schön, sich hier mal ein bisschen durchzuklicken. Mir gefallen hier tatsächlich mehrere Colorways, aber naja, ich habe weder 2750 Dollar noch die Möglichkeit bei Louis Vuitton die Schuhe zu kaufen. Daher wird es vermutlich eher nur ein Traum bleiben. Daher lasst uns dann auch schon direkt weitermachen mit Platz Nummer 9 und den nimmt in meinen Augen hier der Air Jordan 4 Black Canvas ein. Denn hier haben wir eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Air Jordan 4 Carhartt Eminem, der an sich so auch einen ziemlich großen Kultstatus im Sneaker Game hat und hier haben wir jetzt mit dem General Release dieses Colorways die Möglichkeit zumindest in weiter Entfernung an diesen Schuh ranzukommen. Tatsächlich hätte auch dieser Schuh hier im August droppen sollen, aber auch hier gab es angeblich ein Pushback Richtung Oktober. Ich bin gespannt, ob wir hier vielleicht doch noch ein, zwei Schuhe von denen die angeblichen Pushback bekommen haben im August sehen werden, aber vor allem auf dem Black Canvas bin ich wirklich gehypt und ich bin wirklich unfassbar gespannt, wie hier dann die Inhand Fotos von dem Schuh aussehen, weil zumindest zu meinem jetzigen Stand ist es auch hier ein ziemlich nicer Schuh, weil er einfach wirklich ähnlich zu dem Carhartt Eminem Air Jordan 4 aussieht. Damit kommen wir aber auch schon zu Platz Nummer 8, der mindestens genauso gehypt ist wie die anderen davor und den nimmt hier in meinen Augen die Kollaboration zwischen Concepts und Nike ein, nämlich ein weiterer Espy Dunk Low Lobster Colorway. Hier handelt es sich zwar derzeit auch nur um ein Gerücht, aber es sind jetzt angeblich ein paar Fotos aufgetaucht, die diesen Schuh aus verschiedenen Perspektiven zeigen und neben den bereits erschienenen Colorways wie dem gelben, dem grünen, dem blauen oder dem lilanen, sieht auch dieser hier wirklich sick wieder aus. Tatsächlich gab es aber auch hier und da ein paar Kommentare, dass das schwarze Band, was um die Toebox drumrum ist, farblich hier nicht korrekt ist, weswegen hier natürlich dann auch die Gerüchte aufgekommen sind, dass es sich hier um ein Fake handelt. Ich würde es aber extrem hart feiern, wenn dieser Colorway tatsächlich erscheinen sollte, da ich hier damals nicht die Chance hatte, mir diese Espy Dunk Lobster Kollaboration zu kaufen und sich hier jetzt für mich eine neue Option ergeben würde. Ich hoffe natürlich, dass was an der Sache dran ist und wir diesen Drop auch tatsächlich sehen werden, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das leider alles nur heiße Luft. Daher möchte ich auch wieder direkt weitermachen und wir kommen zu Platz Nr. 7, denn am Yeezy Day soll tatsächlich ein weiterer Restock von einem sehr gehypten Colorway auf dem Yeezy 350 V2 rauskommen, nämlich der Red Stripe. Ich muss sagen, insgesamt finde ich hier die schwarz-roten Colorways wirklich am nicesten. Ich muss aber auf der anderen Seite auch leider dazu sagen, dass ich keine Yeezys anziehen kann, weswegen ihr auch hinter mir hier keine seht, da es irgendwie mit meinen Füßen leider nicht ganz passt. Würde ich mir diese Schuhe tatsächlich kaufen können, dann wäre der Red Stripe Colorway hier definitiv ein Must-Cop für mich, weil es einfach für mich der schönste Colorway ist, der auf allen Yeezys bis jetzt erschienen ist. Aber auch hier wissen wir leider noch nicht konkret beziehungsweise bestätigt, ob es tatsächlich diesen Drop geben soll. Sollte das der Fall sein, dann werdet ihr das natürlich von mir in naher Zukunft in einem meiner Videos erfahren. Damit kommen wir jetzt auch schon wieder in die Nähe der Top 5 und auf Platz Nummer 6 liegt hier meiner Meinung nach ein weiterer Air Jordan 1 High, nämlich der Yellow Toe. Dieser reiht sich hier neben verschiedenen anderen Colorways in eine sehr hohe Ebene an Hype ein. Und da muss ich einfach auch dazu sagen, auch da hatte ich die Chance nicht, dass ich damals die anderen Colorways mir holen konnte. Und ich würde es auch hier wieder feiern, wenn ich hier für Retail mir diesen Schuh holen könnte. Aber auch hier hätte der Schuh im August wieder droppen sollen und auch hier gab es anscheinend wieder Probleme und der Schuh ist erstmal nach hinten geschoben worden. Ich bin gespannt. Meiner Meinung nach ist Gelb hier eigentlich ein Sommer Colorway, weswegen sie das Ganze eigentlich nicht bringen können. Aber naja, mit den ganzen Lockdowns und so weiter und sofort in China derzeit mit Corona, glaube ich, könnte schon was an der Sache dran sein, dass diese Schuhe sich nach hinten geschoben haben. Daher möchte ich jetzt auch schon die Top 5 mit euch einläuten und hier auf Platz Nummer 5 ist in meinen Augen der Off-White Air Force One Light Spark Green. Auch dieser Schuh soll noch diesen Monat droppen und ich habe hier ein paar Gerüchte gehört, dass der Schuh noch dieses kommende Wochenende droppen soll. Leider ist es ja, wie gesagt, wie ich es auch schon vorher mal angesprochen hatte, bestätigt, dass es sich hier um ein Regional Exclusive handelt wird. Das bedeutet, man wird hier nur innerhalb des Brooklyn Museums die Chance haben, entweder über Sneakers, über einen Stash, also über so einen Local Pass, mit dem man einen QR-Code scannt, die Chance haben, diesen Schuh vor Ort zu kaufen. Natürlich gibt es jetzt hier noch die Geschichte mit Spoofing von GPS-Daten, etc., etc. In meinen Augen ist es aber dann doch alles einen Ticken zu viel und man sollte sich hier mit der Tatsache abfinden, dass wir vermutlich für Retail die Chance nicht bekommen werden, diesen Schuh zu kaufen. Aber es ist hier natürlich auch wieder ein extrem nicer und gehypter und wirklich cleaner Colorway und ich kann es verstehen, wenn ihn hier viele Leute haben wollen. Wie es aber vielleicht auch schon bei dem gelben Colorway der Fall war, könnte es sein, dass hier ein Restock über die Website von Virgil Abloh stattfindet, aber auch hier werde ich euch natürlich updaten, sollte sich da irgendwas ergeben. Alles in allem ist dieser Schuh tatsächlich angeblich zumindest auch schon auf der Sneakers-App in den USA im Backend hinterlegt. Ob der Schuh jetzt aber dann am kommenden Wochenende droppen wird, steht natürlich in den Sternen. Ich werde das Ganze aber auch natürlich für euch verfolgen. Damit kommen wir aber auch schon zu Platz Nr. 4 und den nimmt hier in meinen Augen der Air John 4 Midnight Navy ein. Wir haben hier das gleiche Colorblocking, wie es schon bei dem Air John 4 Military Black der Fall war, mit dem kleinen Unterschied, dass wir hier halt kein Schwarz, sondern Midnight Blue haben. Aufgrund dieser Tatsache, dass dieser Schuh aber auch eben wieder genauso clean aussehen wird, wie der Military Black, gehe ich davon aus, dass hier auch wieder eine geisteskranke Nachfrage existieren wird und hier die Leute sich vermutlich die Schädel einschlagen werden, diesen Schuh zu bekommen. Auch hier gibt es zumindest schon ein gemunkeltes Release-Datum, denn der Schuh soll Anfang Oktober diesen Jahres droppen. Was an der Sache dran ist und ob er wirklich dann auch bestätigt wird für Oktober, das werden wir hier noch sehen. Aber aufgrund der Tatsache, wie unfassbar clean auch der Schuh wieder ist, war es hier für mich ein Muss, diesen Schuh in die Top 5 zu bringen. Aber er ist leider nicht an den anderen Schuhen vorbeigekommen. Und damit kommen wir auch schon zu dem Treppchen. Und hier nimmt in meinen Augen den dritten Platz der Air Jordan 1 High 85 Chicago Reimagined ein. Ich habe jetzt schon in der Vergangenheit in ein paar Videos diesen Schuh angesprochen, aber mir wird es auch nicht zu langweilig, weil ich einfach unfassbar gehypt bin, da hier das die Chance sein wird, einen Schuh zu kaufen, der die Optik hat, tatsächlich aus dem Jahr 1985 zu sein. Mit dem leichten Yellowing ist das Gesamtkonzept einfach von Anfang bis Ende von Nike durchdacht worden. Und sie haben hier definitiv einen unfassbar krassen Schuh geschaffen, bei dem ich auf jeden Fall bei jedem erdenklichen Raffle mitmachen werde. Hier gibt es allerdings aber auch nochmal eine interessante Neuigkeit, die sollte hier was dran sein, nochmal ein gutes Stück Arbeit sparen wird. Denn ich habe tatsächlich aus verschiedensten Richtungen jetzt schon gehört, dass hier über eine Million Paare droppen sollen. Ob jetzt wirklich was an der Sache dran ist, weiß ich nicht, aber da hier der Air Jordan 1 Hype am Aussterben ist, könnte das hier die letzte Chance für Nike sein, nochmal ordentlich Geld aus dem Air Jordan 1 Hype rauszupumpen. Und daher wäre das natürlich auch erdenklich, dass es wirklich so viele Paare sein werden. Aber da der Schuh hier im Oktober erst droppen wird, müssen wir auch hier erstmal wieder ein bisschen abwarten, bis es genauere Infos gibt. Aber wir können zumindest uns schon mal sicher sein, dass der Schuh kommt, denn er ist bestätigt worden. Damit kommen wir aber auch dann schon zu Platz Nummer 2. Und das ist hier in meinen Augen leider auch derzeit nur ein Gerücht, aber es kommt aus vielen neuen Löchern jetzt immer mehr raus, immer mehr Infos kommen an die Öffentlichkeit. Denn hier ist es tatsächlich möglich, dass wir binnen der nächsten Monate eine weitere Kollaboration zwischen Nike und Amar Manier sehen, nur dieses Mal auf dem Air Jordan 4. In meinen Augen hat dieser Schuh das Potenzial, der Sneaker des Jahres zu werden, alleine wenn man sich das Mockup derzeit anguckt. Sollte auch nur ansatzweise dieser Schuh in diese Richtung gehen, glaube ich, wird der Schuh so unfassbar teuer werden und hat hier tatsächlich auch die Chance in derselben Liga wie der Air Jordan 4 Off-White Sail zu spielen. Aber da es wie gesagt auch hier leider noch nicht so viele Neuigkeiten gibt und man hier bis jetzt nicht bestätigt weiß, ob überhaupt an einer Kollaboration auf dem Air Jordan 4 gearbeitet wird, ist es hier etwas schwammig alles und ich habe mich deswegen entschlossen, diesen Schuh nur auf Platz Nummer 2 zu packen, weil man einfach noch gar nichts Genaues weiß. Damit kommen wir aber auch zu dem Gewinner dieses Videos in meinen Augen und dieser Schuh ist ziemlich sicher. Ich würde sagen, zu 98% steht uns der Release bevor und ich meine, ihr könnt es euch wahrscheinlich auch schon denken, er ist sonst nirgends in dem Ranking aufgetaucht. Einfach aufgrund der Tatsache, dass dieser Schuh hier kurz bevor steht und es wie gesagt nahezu sicher ist, dass wir den Schuh jetzt dann innerhalb der nächsten Wochen sehen werden, nimmt Platz Nummer 1 der Air Jordan 1 Low Travis Scott Reverse Mocker ein. Es ist hier in meinen Augen nicht ganz so ein cleaner Colorway wie der Fragment Travis Scott, aber auf jeden Fall einer der schönsten Schuhe aus allen Kollaborationen, die mit Travis Scott bis jetzt erschienen sind. Ich bin auch nicht der Einzige, der das so sieht, denn die Nachfrage und der Hype um diesen Schuh ist einfach unfassbar krass zu dem jetzigen Zeitpunkt und es sind auch extrem viele Leute tatsächlich schon dabei, diesen Schuh für über 2000 Euro zu kaufen. Daher gehe ich davon aus, dass es auch hier relativ schwer sein wird, diesen Schuh zu bekommen, aber hier auch wieder ein kleines Zückerli für euch, denn es sollen hier mehr Schuhe droppen, als es bei den anderen beiden Low Top Versionen der Fall war. Bei den anderen beiden Colorways sollen hier um die 50.000 Paare weltweit über alle Sizes gedroppt sein und für den Reverse Mocker werden jetzt zumindest laut Gerüchten derzeit 60.000 Paare aufgerufen. Es ist nicht sonderlich viel mehr, wenn man das über alle Sizes und alle Kontinente und Länder aufteilt, aber hier eine minimal höhere Chance, falls es so sein sollte, dass man den Schuh bekommt. Damit kommen wir jetzt aber auch zu einer wirklich interessanten Side-Info, die jetzt noch aufgekommen ist, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob da so viel dran ist und ich dem Ganzen auch nicht so viel Glauben schenke, denn es wird gemunkelt, dass der Shadow Colorway der Travis Scott Nike Kollaboration, wo jetzt in der vergangenen Zeit auch schon ein paar Fotos aufgetaucht sind, hier das Website Exclusive von der Travis Website sein sollen, die zeitgleich mit den Reverse Mocker droppen sollen. Allgemein ist es nicht sonderlich unwahrscheinlich, dass es hier einen weiteren Colorway gibt auf der Silhouette auf der Travis Scott Website. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es für eine so gehypte Silhouette vermutlich nicht der Fall sein wird, dass die Shadow-Version hier über die Website von Travis droppen wird. Nichtsdestotrotz war es aber hier in meinen Augen auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Vielleicht ist es ja doch so. Das war es jetzt aber auch schon mit meinen Top 14 Schuhen, die in meinen Augen dieses Jahr noch droppen sollen. Falls ich hier irgendwas vergessen habe, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr unterstützen und freuen. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder, Freunde. Bis dahin, haut rein! Bis dahin! Bis dahin!